Das Ensemblespiel ist ein wichtiger Stützpfeiler des Studiengangs Jazz an der Muck Wien. Neben zwei Big Bands erwartet die Studierenden ein breit gefächertes Angebot an stilistisch vielfältigen Kombos. Jedes der Ensembles des Studiengangs Jazz steht unter einem bestimmten Thema. So werden sowohl zeitgenössische Strömungen wie Mikrotonalität, Elektronik, Minimal Music oder Hip Hop als auch die Richtungen des Traditional und Modern Jazz wie Bebop, Hardbop oder New Orleans den Studierenden umfangreich vermittelt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es ist dies ein einzigartiges Konzept. Die Studierenden werden ihrem Ausbildungsstand und ihren präferierten Neigungen entsprechend eingeteilt und in den stilistisch aufeinander aufbauenden Ensembles gefördert. Von den Wurzeln des Jazz bis zu zeitgenössischen, freien und avantgardistischen Spielformen. Alle Ensembles des Studiengangs Jazz der Muck Muck treten regelmäßig auf, zum Beispiel bei den Muck-Jam-Sessions und Konzerten in bekannten Wiener Jazzclubs und Konzertlocations. Ebenso auf dem Programm stehen jedes Semester professionelle Recording-Sessions um Studioerfahrung zusammen. Auf diese Weise erhalten unsere Studentinnen und Studenten wertvolle Praxisnahe Tipps im Ensemblespiel und sammeln Spielerfahrung in den unterschiedlichsten musikalischen Zusammenhängen. Dies alles bildet die Inspiration und den Nährboden für ihre eigenen musikalischen Projekte und individuellen Wege als erfolgreiche Künstlerinnen und Künstler. Vielen Dank! Vielen Dank.